Hallo Da hat eben irgendwas nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen. Ich glaube, das war irgendwie gerade ein wenig buggy. Okay, und jetzt starte ich natürlich wieder am Arsch der Welt, ne? Bitte. Oh, oh, Baum. Oh, 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 komm, 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 da müssen wir noch hoch. Den, den kriegen wir... Na also. Den haben wir. Auch mal, wir stehen den vorher nicht gesehen. Sehr nice. Jetzt fliegen wir ganz gechillt. Zur Amita. Und hören mal, was die uns zu erzählen hat. Ja, so ein bisschen bereue ich es immer, wenn ich über alles drüber fliege, was so... noch abzureisen gibt und... Zeit-Quest-Mission. Aber sonst ist es brutal cool. Außenposten, kein Problem. Wir haben es nicht so, dass wir 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 Und schon sind wir da. Warum hat er den Fallschirm nicht aufgemacht, wenn ich da einfach aussteige? Oh mein Gott. Verfluchte Mistkacke, ey. Okay, tut mir leid, wir müssen die Strecke nochmal fliegen. Fuck you. Alter, wie blöd, Mann. Der lässt es teillose, macht den Fallschirm nicht auf. Hass. Übel sitzender Hass. Ja, ja. Ihr lacht zurecht. Danke für den Follow. Oh mein Gott. It's Adnan. OMG, it's Adnan. Okay. Eher so in die Richtung, nehme ich mal an. Dieses Mal verkacke ich aber nett, Leute. Bitte. So, bisschen mehr nach rechts. Ich versuche einfach auf dem Felsvorsprung da zu landen. Kann man landen mit dem Ding? Nee, das fliegt ja einfach, ne? Okay, jetzt, äh, Wingsuit. Wingsuit, 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 verflucht! Mein Gott, das gibt's doch nicht. Ich hab doch, ach scheiße, ich hab auf E gedrückt. Oh Gott. Oh mein Gott. Soll ich lieber laufen? Fuck. Uiuiui. Easy, easy. GG. Boah, wie hässlich, ey. Diesmal verkack ich's aber nicht. Na ja, so sieht man wenigstens mal die Landschaft ein wenig. Okay, Amita, ich komme. Nee, weißt du was? Ich hau jetzt schon rein. Wehe, der fällt jetzt. Gott sei Dank. Tschü- Ganzeлыb'ers immune. Allgemein ich hier.